Hallo zusammen, hier ist wieder Heuteler und ciao wieder für euch in Dragonflight unterwegs und ich wollte euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und ich hoffe, ich bin jetzt für diese Season mal erlöst, denn ich brauche nur noch Schuhe für mein Set und zwar kann ich euch das mal zeigen. Ich benötige die Schuhe vom Raid Set und zwar hier einmal die Mythic Schuhe und ich hoffe, es sind Schuhe drin, dass ich es in den Katalysator packen kann und das war einmal Duis und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Drückt mir die Daumen, ich war wieder in einer M-Plus-Instanz und zwar habe ich ein 20er gemacht und ich kriege eine Hose, ja so eine Rotze. Ja okay, also das schaut schlecht aus. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Marken und ja, ich bin überlegen. Gut, ich glaube, ich packe die in Würm-Marken, dann habe ich zumindest 45 und sollte es auf jeden Fall genug sein, wenn ich irgendwas upgraden will. Falls das jetzt hier gar nicht droppen will, dann kann ich die vielleicht da noch benutzen. Jo, heißt das war jetzt schon mal eine Nullnummer, aber gut, die Chance, dass ich genau den richtigen Slot kriege, war auch relativ überschaubar, muss man ehrlich sagen. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist, ich war mit dem Worry unterwegs und zwar habe ich mit dem Worry wieder Führer umgehauen, beziehungsweise zwei Bauste war ich im LFR. Und ja, mal gucken, was wir rausziehen. Diesmal quasi auch wirklich nur mit dem. Ich hatte es eigentlich auch im HC probiert, aber bin erst am Wochenende zugekommen und da war das, ja, war das nicht von Erfolg gekrönt. Ich glaube, ein 2%-Try hatten wir mit so einer Random-Gruppe, ein bisschen schwierig. Aber gut, LFR-Chance für das Legendary habe ich zumindest mitgenommen. Jetzt würde ich sagen, vielleicht bringt mir die zumindest ein T-Mog, ein nettes, und dann gucken wir einfach mal rein, was wir Schickes drin haben. Also, was haben wir drin? Den Kopf, und zwar den Tierkopf, aber der bringt mir... Na gut, ich habe gerade den Gear an hier. Mein Speed Gear? Ne, ich habe schon einen wesentlich höheren Kopf. Wobei, ich sehe gerade, den könnte ich vielleicht mal sockeln, hä? Ja, gut. Heißt, wir nehmen hier auch mal die Marken. Schade, schade, schade. Ähm, ich glaube, mit dem Worry bringen wir sogar die Upgrade-Dinger ein bisschen was. Schlichtweg deswegen, weil ich da immer mal wieder das ein oder andere Teil kriege. Da habe ich zumindest da ein paar Würmwappen. Na gut, da haben wir schon 105. Hm. Juti, sind wir wieder durch. Das waren die zwei Chars, mit denen ich unterwegs war. War diesmal leider eine ganz schöne Nullnummer, muss man gestehen. Und ja, vielleicht habe ich das nächste Mal ja ein bisschen mehr Glück. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gekriegt habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Chela. Bis dahin. Ciao.